Ich habe euch gesagt, am Sonntag geht es weiter. Heute ist Sonntag, heute gibt es das nächste Video und es geht zum einen um euch und zum anderen um eure Hilfe für mich. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Soll ich bei eklig anfangen? Soll ich bei Fremdschämen anfangen? Soll ich bei deapo anfangen? Soll ich bei weiß ich nicht anfangen? Auf jeden Fall ist es einfach nur peinlich, was manche von euch unter mein letztes Video geschrieben haben. Ihr seid einfach nur peinlich. Muss man einfach mal so sagen. Weil, ganz ehrlich, es gibt so Dienste und Teams, auch im Simracing, die genau diesen Dienst, was ich da für euch mache, für Geld anbieten. Für richtig, richtig viel Geld. Und da wird nichts gesagt. Aber wenn ich dann da eine Kooperation mit einbaue, dann ist es auf einmal scheiße. Wie ich das mache, ist auch immerhin mir überlassen. Das geht auch durch eine Abnahmeschleife. So viel kann ich euch sagen und der Kunde kennt das Video schon, bevor ihr das seht. Das ist zum Glück nur eine Minderheit und der größte Teil. Und deswegen vielen, vielen Dank an die anderen alle. Die finden es immer noch cool, was ich mache. Weil einfach, ich muss damit auch ein bisschen Geld verdienen irgendwo. Also das ist ja, es kostet ja auch alles, das zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Für diejenigen, die jetzt nicht mehr Abonnenten sind, tschüss. Euch brauche ich auch nicht. Und für diejenigen, die noch da sind, cool, alles geil. Freut mich, dass ihr da seid und dass wir immer noch weiter geile Videos machen. Das ist das eine. So, okay, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Das nächste ist die lange Pause. Es gab eine mega, mega, mega lange Pause, weil zum einen hatte ich zwischenzeitlich echt mal keinen Bock, Videos zu machen, muss ich auch ehrlich sagen. Und zum anderen war es so, ich bin jetzt extrem viel unterwegs gewesen. Ich war in den USA und ich war in den USA, ich war jetzt in, oder fliege nach Marrakesch heute, also jetzt am Sonntag, war in Portugal, war wirklich richtig viel arbeiten, war mehrmals in den USA sogar. Und das Problem ist, ich kann oftmals, wenn ich arbeiten bin, keine Videos machen, weil ich bin ja da zum Arbeiten. Also, das heißt, es ist ja so, für diejenigen, die in der Schule vielleicht noch sind von euch, ihr filmt euch auch nicht in der Schule, für diejenigen, die schon arbeiten, ihr filmt euch ja auch nicht auf Arbeit, deswegen ist es relativ schwierig für mich, da Videos zu machen. Und zum anderen, und deswegen, gegen Ende des Videos, kommt dann auch ein weiterer Grund, habe ich auch oftmals keine Zeit. Und deswegen brauche ich da auch eure Hilfe, aber dazu gleich später mehr. Also, wie gesagt, die lange Pause, tut mir wirklich, wirklich leid, dass die lange, lange, lange Pause war. Aber ich habe ja gesagt, jetzt geht es weiter und ihr seht, das ist schon das nächste Video. Ich habe auch mit den Jungs und Mädels von Assetto Corsa Competition schon gesprochen. Ich habe meinen Zugang für das Spiel und werde die Simulation auf jeden Fall mal testen. Und wenn wir das Ganze anschauen, GT Sport, kam die Frage schon wieder und mir ist es echt mittlerweile peinlich und es tut mir auch immer noch leid. Aber ich habe meine Playstation immer noch nicht ans Laufen gekriegt hier bis jetzt, also weil ich auch keine Zeit hatte, einfach nicht da war. Deswegen, aber ich habe es immer noch auf dem Schirm. Das also zu dieser Pause. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt einfach besser wird. Ich bin jetzt noch einmal länger weg. Ich bin jetzt noch einmal in den USA und vielleicht mache ich von da auch einfach mal einen Livestream, einfach mal ein dummes Labervideo aus dem Hotel oder was weiß ich. Mal gucken, wie ich da die Zeit habe. Auf jeden Fall bin ich dort wieder arbeiten. Und danach bin ich zu Hause. Ich bin nämlich ab 1. Dezember zu Hause bis wahrscheinlich Ende Januar, weil unser kleines Baby, das kommt Ende Dezember oder soll zumindest mal Ende Dezember kommen. Und da will ich natürlich bei meiner Freundin sein und will dann natürlich auch vorher da sein, will dann natürlich auch danach da sein, wenn das Baby dann da ist, damit sich mal alles einspielt. Und dann geht es dann ab Februar dann wieder richtig los, beziehungsweise für mich zum Arbeiten. Und dazwischen, das will ich damit sagen, habe ich genug Zeit, um Videos zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht also weiter. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit, die kann ich euch noch nicht 100% sagen. Aber ich freue mich auf eine Mitarbeit in einem Thema, was ihr geil findet, was ich geil finde und was, glaube ich, komplett die Szene vorantreibt. Ich kann euch nur so viel dazu sagen. Freue ich mich extrem drauf, wirklich. Habe ich gestern lange telefoniert mit der, die, demjenigen, denjenigen oder wie auch immer. Und da wird auf jeden Fall was Cooles kommen. Sage ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Und ja, ansonsten ist es einfach cool. Mir macht es jetzt wieder Spaß. Ich habe jetzt wieder Bock drauf, nach dieser Pause einfach dann wieder was zu machen. Und deswegen, wie gesagt, brauche ich auch natürlich eure Hilfe. Und da kommen wir wieder zum ersten Thema. Und zwar will ich coole Videos machen. Ich will geile Videos machen. Ich will, ja, einfach, ich habe da Bock drauf. Ich habe einen Anspruch an mich selber. Ihr habt einen Anspruch an das, was ich mache. Und deswegen suche ich eure Hilfe oder brauche eure Hilfe. Wie und warum und weshalb. Das haben schon einige vor euch gemacht. Jetzt werden wir sagen, jetzt macht er das wie der Abt. Und jetzt macht er das wie Spielkind. Und jetzt macht er dieses, jetzt macht er jenes. Ja, ist vielleicht auch so. Aber genau die haben ja auch das gleiche Problem. Dass die einfach so viel zu tun haben alle. Und sich um viele Dinge, um auch die Qualität und das Niveau zu halten, nicht mehr die Zeit dafür haben. Deswegen, für mich ist es so, ich kann eigentlich relativ gut eigene Videos machen, aber habe danach nicht mehr die Zeit, sie zu schneiden. Das ist also Punkt 1, was ich suche. Ich suche jemanden von euch, der mir Videos schneidet. Und zwar Vlogs. Also wenn ihr Bock habt, Vlogs zu schneiden, dann sehr, sehr gerne. Meldet euch sehr, sehr gerne. Und zwar werde ich das auch gleich alles noch sagen, wie das Ganze abläuft und was ich da für eine Idee dahinter habe. Und also wenn ihr Bock drauf habt, Vlogs für mich zu schneiden, dann sehr, sehr gerne. Ich habe am Ende auch noch dann die, jetzt muss ich selber überlegen, aber am Ende auch noch ein kleines Demo-Material für euch, was ihr mal für mich zuschneiden könnt. Und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Das Ganze ist natürlich nicht umsonst oder beziehungsweise nicht kostenlos unentgeltlich. Ich glaube, es ist unentgeltlich, sagt man. Aber ich habe jetzt nicht das Mega-Budget. Also ich habe jetzt nicht Mega-Budget wie vielleicht Spielkind oder wie Daniel Abt oder wie JP oder wer auch immer. Deswegen wird es so sein, dass ich vorerst das so machen werde, dass die kompletten Werbeeinnahmen der Videos auf YouTube ich euch überlasse. Das heißt, wenn ihr geile Videos macht, diese Videos viele Leute gucken, dann kriegt ihr das komplette Geld. Wenn das dann Betrag X übersteigt irgendwann, was ich hoffe, dann unterhalten wir uns dann weiter. Aber eigentlich ist es mehr so ein, ich nenne es jetzt mal bezahltes Praktikum, was ihr dann bei mir macht. Das heißt also, ihr schneidet meine Videos, ihr kriegt diese Werbeeinnahmen von allen Videos, auch selbst wenn ich ein anderes Video mache, also alle Werbeeinnahmen, die ich durch YouTube bekomme, bekommt ihr. Und deswegen ist es sozusagen bezahlt. Das ist also Punkt 1, Vlogs schneiden. Das andere ist, ich will ja wieder mehr Gaming-Zeug machen. Und da ist es so ein bisschen wie bei Team Spielkind. Die suchen ja auch da gerade jemanden. Das will ich ähnlich machen. Also auch ich suche jemanden, der meine Gaming-Videos beziehungsweise meine eher Renn-Videos und so schneidet. Also auch da, das sehe ich halt als zwei unterschiedliche Punkte. Das heißt, die einen suchen, der einen suche ich für Vlogs, was ja ein unterschiedlicher Schnitt ist als zum Beispiel für Gaming. Und da machen wir das ähnlich, beziehungsweise vielleicht gibt es auch einen, der beide schneiden kann, schneiden will. Deswegen, das ist aber so der kleinere Part. Also ich suche jetzt vornehmlich erstmal für Vlogs, deswegen auch da dieses Entgeltliche. Also da wirklich über diese Einnahmen bei dem Gaming muss ich mal gucken, wer sich da bewirbt, wie man, also ob sich überhaupt jemand darüber bewirbt. Und dann muss man gucken, wie wir das dann über die Bezahlung machen. Das sind also die beiden Dinge, die ich brauche, die ich unbedingt will. Vlogs schneiden, wenn ihr Bock drauf habt. Natürlich jetzt bitte nicht diejenigen, auch wenn das gut gemeint ist, die sagen, ja, ich habe das mal probiert und ich finde das ziemlich cool, sondern wirklich, ich habe einen Qualitätsanspruch an mich, ich habe einen Qualitätsanspruch natürlich auch an denjenigen, diejenige, die das dann machen, die Vlogs dann für mich schneiden. Also sehr, sehr gerne. Ihr solltet noch eine Voraussetzung erfüllen, und zwar eine schnelle Internetleitung, wäre geil. Und zwar schicke ich euch natürlich dann die Daten immer rüber, Retransfer, was auch immer, was wir dann machen, was wir dann auch einrichten, wie auch immer. Und da schicke ich euch die Daten, damit ihr das schneiden könnt, fertiger Film, dann wieder zurück. Das sollte also auch die Voraussetzung sein, das wäre ziemlich geil. Ansonsten, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ihr solltet bitte nicht erst gestern angefangen haben zu schneiden, das wäre ziemlich cool. Vielleicht funktioniert es auch, wenn ihr geile Filme dann macht oder so, super geil, natürlich funktioniert das, aber ansonsten solltet ihr ein bisschen Erfahrung da auf jeden Fall mitbringen und natürlich auch die Zeit dafür haben, das zu schneiden. Also es wird dann schon relativ viel, ich mache ja zwei Videos die Woche, also das kommt dann schon ein bisschen was zustande, deswegen solltet ihr auch einfach die Zeit haben. Also schnell Internetleitung, ein bisschen Erfahrung mitbringen und natürlich auch die Zeit. Und zwar verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung das Material, also es ist ein V-Transfer-Link, dann den ich euch da reinhaue. Da könnt ihr das Material runterladen und dann könnt ihr das Video schneiden. Das ist altes Material, was ich habe, also das habe ich auch selber nie geschnitten, weil ich auch die Zeit leider nicht hatte. Deswegen gerne das Video dazu schneiden und dann auf YouTube posten. Ich habe es versucht in einem Take durchzumachen, es hat aber nicht funktioniert. Also dann könnt ihr auch den Hashtag nutzen, Team Fastlane. Also wenn ihr Hashtag Team Fastlane sucht beziehungsweise im Videotitel schreibt ihr bitte Bewerbung, steht alles auch unten nochmal drin, Bewerbung für Team Fastlane. Dann das Video einfach hochladen und dann könnt ihr daran teilnehmen beziehungsweise dann kann ich mir da auch diejenigen raussuchen. Ich bin mal gespannt, ob sich überhaupt jemand bewirbt. Ich glaube, es ist jetzt gerade nicht so richtig dran, aber das ist meine Chance, um einfach mehr wieder Videos zu machen, die Qualität zu halten und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt. Also diese Hilfe brauche ich. Dieses Material, ihr findet es unten in der Videobeschreibung. Es ist leider auch keine Werbung hier drin. Och, Mensch, keine Werbung diesmal. Mist, jetzt haben die Kritiker gar nichts zu sagen. Wartet. Okay, warte, ich kann mal mein iPhone noch hierher tun. Ich kann jetzt noch mein Xbox-Dings... Ach so, das war in der letzten Links keine Kooperation. Das habe ich einfach hingezahnt, weil es ja um Gaming geht. Für die, die es nicht gecheckt haben, geht um Gaming. Deswegen der. Ja, ansonsten, nee, doch, ich habe da hinten... Ich blende Werbung ein lieber. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Ich mache das wie euer JP. Für diejenigen, die auch JP gucken, der macht das nämlich auch ganz clever. Der blendert einfach immer Werbesendungen ein. Deswegen kann ich nichts mehr falsch machen. Also, das mache ich jetzt auch. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es kommen einige Bewerbungen rein. Ein oder zwei. Und wir können da was geiles starten. Hätte ich auf jeden Fall so mega Bock drauf, mit euch was zu machen. Bewerbt euch. Wie gesagt, alle Infos unten nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich viel dummes Zeug erzählt und hoffe einfach, ihr lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Video anschauen. Ich freue mich auf eure Bewerbung und bis später. Ciao. Ciao.